Bin ich akzeptiert und angenommen von Gott? Habe ich seine Aufmerksamkeit? Ich sag dir ganz ehrlich, es geht gar nicht darum, diese Frage zu stellen, ob du Gottes Aufmerksamkeit hast. Denn von mehr als 2000 Jahren hat er die Karten auf den Tisch gelegt und ist wohl den größten Handel der Menschheitsgeschichte eingegangen. In dem Moment, als er gesagt hat, ich tausche den Himmel ein gegen die Erde. Ich tausche meinen Thron ein gegen das Kreuz. Und das alles nur für dich, weil ich dich liebe, weil ich dich annehme, weil ich für dich bin. Bedingungslos. Niemals weniger. Jeden Tag mehr. Ich nehme dich an. Ich bin für dich.